Kaum zu glauben. Keine acht Tage nach unserem Bericht über dieses Biotop an der Hauptpost ist das hohe Gras beseitigt und auch die dicken Steine sind wieder zum Vorschein gekommen. Wahrscheinlich war der Schnitt turnusmäßig sowieso vorgesehen. Wie immer, alle fünf Jahre. Auch die kleine Birke ist verschwunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017